Geilichen, heute mit vollem Haus hier bei den Giant Roosters. Ich weiß nicht, Darkstyle, du auch? Ja sicher, sicher, ich bin auch dabei. Super, wir haben den Kloppo, den Axos und den Steven. Jetzt wird rasiert Anka! Ah man, anka. Mit Sahne. Aber bitte mit Rahma. Nur von der einen aus Mazi TV, da Sahne anbietet und so. Ey, dieser Boss ist Kollegah, ne? Ist Kollegah? Alter. Alex, wieso war die Frau da, die Sahne Gäste anbietet? Daniela? Ja, sah er da, die. Hört sich nach Keller an. Ja, Keller. Seht's die Wechsel? Ja, das ist die. Sehr schön, der Bio-Gefahrgut, die Sahne anbietet. Ja, Besinnungkeller. Wir haben Pult, wir haben Mute. Okay, deren Mütter. Und die haben Frostrast. Die sind mir grad vor meiner Nabel angelaufen. Die sind mir abgeschossen. Ja. Der Pult steht unten an der Treppe. Okay, Mute. Und Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. HDL. Und der Rest ist scheiß, egal. Ole, ole, ole. Wer sagt, passt aus dem Fenster auf. Ja, passt hier unten auf. Geht nicht, Axos, geht nicht, geht nicht, Axos, geht nicht. Braucht'n Zetscher dafür, haben wir nicht. Aber da ist frei, ja? Guck mal, hier Axos, hier, hier. Was ist denn? Er geht auch nicht. Überall ist fucking oben dran. Er rennt gegen. Ähm. Er geht auch nicht. Okay. Dann gehen wir oben rein, würde ich sagen. Oder wir gehen unten rein. Warte, ich mach dir da auf, Steven. Warte, erstmal langsam, erstmal langsam. Was ist denn? Oh. Oh. Kollegen gesehen da, ey. Oh, links, aus dem Loch. Aus dem Loch. Scheiße. Hä? Ach, von rechts. Loch. Wo von rechts? Loch in der Wand. Direkt rechts in der Wand ist ein Loch. Da, steht da. Ja. Ah. Ach, der war. Der Boss war draußen. Nein, der kann auch. Ich war in der Trunk getötet. Ah. Weil wir in der Granzleistung hier läuft. Ah. Nächstes Mal möchte ich gerne bitte einen Zetscher im Team haben. Jop. Wird gemacht. Ah. Was nehmen wir? Im Kapkan In welchem Raum? Mach einen Teil Ja wird's random Ja Ok Pros suchen nicht aus Pros lassen aussuchen Wir haben Bingo's nicht ganz cool Im Castle Naja, alles gut Ist ja egal, naja schon hier ist egal Vollkommen overrated Aber Geisel ist ja was anderes Aber Arm und Rock Die Drohne der Gegner hat die Bingo Gefahrgutbehälter zu platziert Wacht alter Haben sie ja nur Problem Ey ist nur eine Drohne drin Sollen wir rushen? Ich geh auf jeden Fall irgendwo hin Ja, machen wir so wie gestern Weil ich hab meine Schrotze Kann ich wieder losdrehen Lass da unten gehen, aber ganz schlub bevor du bist zur Haupttür Zum Worteingang Ok Ist er hier auf dem Flur oder was? Tatsächlich Die Gegner haben den Bingo Gefahrgutbehälter lokalisiert Die Gegner haben den Bingo Gefahrgutbehälter lokalisiert Ist sie bei mir? Ja, ja, ich bin isoliert Ich mache eben nur meine Verstärkung Zugang gesichert Zugang verbarrikadiert Ich höre da was Klappe neben dir Ja Im Raum Ich hab viel Bock von hier glaube ich gerade Kannst du mal die Tür aufmachen? Ah, die haben Leckbier dabei Und hier den Bogenschützer da, der mit der Armbrust Klappe da Ja, Klappe da Klappe da Den Bingo Gefahrgutbehälter beschützen Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten Klappe da Klappe da Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern Mit weiteren Zugriff auf den Bingo Gefahrgutbehälter verhindern Er ist down Wo ist er? Blackbeet hat mich geholt, hinten in der Ecke Keine Munition! Genau da in der Ecke Meine Kerlchen sind in Position Die sind, äh, drei draußen Schell Die Feinde aushalten Ich setze den Sensor Immer noch drei draußen Schäfer Schäfer, komm mal hinter mir eben Ne, er muss... Alle drei draußen Alle drei draußen Er muss abdecken Alle auf der Seite, oder was? Ja, alle drei auf der Seite Alle drei in der Ecke Schäfer, sag wann die kommen Dann schmeiß ich mal das vor Ich kann mal runter dir, Schäfer Ich suche nach Feinden Ich suche nach Feinden Keiner! Komm den Namen, nach dran, nach dran Ich sehe nur einen von zwei draußen Einer, keine Ahnung Einer von rechts im Weiteres an Ah, der Gas killt mich, Alter Weiteren Zugriff auf den BU-Gefahrgut-Behälter Verhindern Die Gegner sichern den BU-Gefahrgut-Behälter Sicherung des BU-Gefahrgut-Behälter Sicherung des BU-Gefahrgut-Behälter Ungebrochen Die Feinde aushalten Der Letzte ist draußen Der Letzte ist draußen Noch ein Gegner übrig Ja, nice Sehr geil Und da holt er vier Sehr schön Heck Nee, die haben alles nur die Kamera angehabt, du Idiot Ja, super, äh, ne? Viel Erfolg beim Reporten Ah Ich Ich fuse Wollen wir mal einen anderen fuse? Nee, ich mach Thermite, ja Ach, haben wir schon Ich hab's Thermite Einer hat es ja Ja, dann Dann schnappt ihr fuse, ich bug Okay Wo ist er denn? Hau ja an der Backbeard, ne? Ist schon stark eigentlich Ja, alles klar Passt Alles von der gleichen Seite Der BU-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden Da unten haben sie geschafft, ne? Ja Unser Spot ist clean Oben Mute Ja Ganz oben Über das Dach Über das Dach? Ähm Er fliegt auf jeden Fall ans Fenster Ja An welchem? Ach, irgendwie eins was am Spot ist Zehn Sekunden ist einfach Schlag einfach eine kleine Lücke aufschlagen Und dann mit deinem Schild anladen Ja, das war Einsatz in 5 Sekunden Position des BU-Gefahrgut-Behälters unbekannt Erlaubnis zum Angriff Die schießen raus, Achtung Fenster ist offen Ich hab's im Blick Elektronik Scanner sucht Hier ist Puls Genau hier Da oben, genau da Da hinter dem Fenster Schieß einer durch Nee, schieß er fest Aber jetzt nicht mehr Ist er weg Immer noch? Gibt's da hier Oh Ah Nice Sag mir, Shepa, konntest du noch gucken? Bene Mhm Wer ist da immer noch? Wer ist in dem Raum? Wo ist denn die Kamera? Schau das Fenster auf, kannst du direkt killen Was? Linke Seite, linke Seite von dir Okay Get down Gut Ach Ihr hoppt ganz hinten durch Bene Ganz hinten durch Immer noch linke Seite Aber weiter hinten Ach ey Scheiße Hab ihn nur injured Ach Na Scheiße Kam von oben Äh, ne Unten kam die Die Olle Äh, die Die Schnelle Äh Unter dir ist die Unter dir ist die Unter dir ist die Neue Direkt unter dir an der Tür Carsten Jaja, ich hab's reinlaufen sehen wieder, aber Fenster wird verstärkt Ich suche nach Elektronik Ich suche nach Elektronik Wo ist denn die scheiß Kamera hier? Äh, lass Steven suchen Biobehälter gefunden Bereits Steven? Warte Nachladen Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert Ich scanne nach Elektronik Da rennt er Da rennt er Ich bin leer! Ah, toll Da Ähm, Mute Das geht nicht Draußen kommt sie hoch Die ist drin Die ist drin Die ist drin Jaja Zweimal getroffen Ja, die sitzt halt in der Ecke Ja, die wird jetzt Die wird jetzt Nur noch ein Gegner übrig Nice Ja, Steven sagt, der rasiert Sieben Kills Ja Nein Nein F*****, F*****, F***** Wer war? Was ist passiert? Bin in der Falle Achso Ja, hm Nicht bewegen Ich helfe dir Okay Puls ist im Raum von den Ich hab noch Ich hab noch andere Dinge Drohne Drohne. Deck du einfach erstmal ab. 15 Sekunden übrig. Warte, ich guck wo's aber ist. 10 Sekunden übrig. Ajax Direktierter. Nice. Sehr schön. 5 Sekunden übrig. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Boah. War gar nicht knapp oder so. Ne, überhaupt nicht knapp. Das du genau in die Ladung, genau da an seinem Hintern platziert hast. Hütten hochschrecken. Sowas brauchen wir. Ruck. Wenn keiner will. Nehm. Welchen Raum? Enthalt mich. Waffenlager machen? Ja, ich spotte Waffenlager. Ok, ich geh nach oben und mach Lupen zu. Alles klar. Ok. Bitte direkt. Bitte direkt Amor droppen. Ja, aber mach erstmal Wendel erstmal. Ich camp eine Leiter. Was soll ich? Amor. 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 Ohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Das klingt am vorderen. Hier brauche ich noch eine Wand. Ja, kommt. Da reinher. Wo? Hier noch eine. Es bleiben 10 Sekunden mehr. Oh, ist doch nicht wahr. Nur noch 5 Sekunden. Schieß ich an der scheiß Drohne vorbei, ey. Wo fehlt noch einer? Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter gekalisiert. Ja, alles voll. Der Besuch kann kommen. Hat noch jemand eine Wand übrig? Lade nein. Lade nein. Komm mit 2x3. Von hier. Wenn wir hier runter gehen, kommen wir direkt zu unseren Leuten. Wo? Da haben wir eine Aktierung. Okay. Einer schießt da oben aus der Lücke raus. Denen, pass auf, ne? Ja, alles klar. Da kommt wo die ganze Leiter sind wir. Ist klar. Die sind dran. Schön. Anklagen. Mach ruhig. Herzflagsensor eingesetzt. Blackbit ist da unten, ne? Zur Info. Da uns 2 Stück. Direkt unter uns. Wo? Direkt unter uns? Ja. Schön. Da könntest du einfach runter gehen und dann rechts versuchen. Hier sind auch 2. Direkt unter uns. Schön. Noch einer? Sie? Ich krieg gleich nen Arsch. Rechtseitig von mir. Der müsste neben mir im Gang sein. Ne, da ist noch keiner. Doch. Rechtseitig im Gang neben mir ist. Ich seh da vorne den Laserpointer, dass er neben mir ist. Achso. Ah! Fuck! Der ist da einen im Raum. Wo die Leinwand ist. Da ist Hatcher. Aber den hab ich gut gehittet. Aber den hab ich gut gehittet. Lass ihn kommen. Ah! Wie weit hast du schon gewusst? Alter! Ich war auch gar nicht entdeckt. Der Wichser. Was? Kloppo? Was ist los? Ah! DC! Mal verbinden wir uns wieder. Connect nach. Das war noch Defensive. Einfach Multi-Clayer. Einfach Multi-Clayer. Ja. Ey Kloppo bist ja wieder da. Ja. Ja, ich häng jetzt aber hier in diesem Ladebildschirm fest. Das ist schlimm. Wahrscheinlich häng ich so lange fest bis... Ruhe! Die Runden. Granate bei mir. Der ist hinter dir. Achso. Der ist da in der Tür. Da sind zwei. Das sind alle beide. Links von dir ne Brom, Bende. Ja. Da ist ne Kapkan Draht und da ist ne Falle von mir. Okay. Wohl z.a. nur sagen. jetzt kommt bei dir einer kassen ich brauche nicht pushen wenn wir zeit haben 10 sekunden ab eigener trotz des reichs alle gegner eliminiert normal dass ich ein ladersprin so lange fest hängt ja müsste jetzt weiter gehen ja ich darf euch zugucken damit ich ja genau ja ich habe wieder sedger aber nicht alle wenn wir alle von einer seite starten holen die uns vom spawn weg die parkplatz ich auch alles klar ausbildungsverkür bleib ich weil die schießen halt raus habt ihr gesehen ja klar spawn kämpft sich der gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden können die wieder im killer sein ja ist verlängerung ach ist verlängerung schon der gefahrgut behälter wurde lokalisiert die haben kapkan die haben wieder die brasilianische pärle mute und first also steven beim reinspringen waffe in der hand nehmen biogefahrgut behälter lokalisiert weiter zu seiner position auf die fenster aufpassen wo wo ist denn die chefkamera hier ganz hinten da drin ist einer ja da ist in diesem container als polis nein sedger ja komm mal bleibst du mal drinnen ouch nimm deine dinger da weg ich mach die mit kaputt ok nachladen jo zweimal jetzt kümmern wir uns mal um die kümmer los gehts sehen tue ich keinen jo an der eingangstür ist ein kapkan draht also hier passt auf wenn ihr da reingeht warte noch eine granate ne ich hab gar keine granaten bei ich habe mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert ist da ist einer im raum auf jeden fall ja hab sie nice kloppo ja die verbauen kann hier noch wieder irgendwo nein nein wer hat mich der äh tür eingang weiß hä wer liegt scheiße der eine ist verletzend die andere nice ich hab den boss gekriegt ich hab den boss gekriegt ich hab den einer verbunden ja nö wofür war nicht mehr als 25 damage so leute der steven hat wieder rasiert was hat er denn rasiert alter mit 8 stück ne 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 was nutzt denn philips was haben sie denn da für einen zuchtbullen gebracht wie sieht der denn aus ne 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 okay alles klar dann abo zu viel auf wiedersehen tschüss tschüss